das verkaufen wir das behalten wir das verkaufen wir nachher auch das verkaufen wir auch das behalten wir das behalten wir sowieso die tushanka brauchen wir ja später für die das heißt das bleibt erstmal hier liegen die holz heben wir auch aber nicht zum verkaufen wie sie kannst du mal kurz ein bisschen satt machen danke so die heben wir auch auf die ist zwar richtig scheiße zum spielen aber für den anfang reicht das können wir hier erst mal wieder dazu machen das heben wir auch mal auf wir haben noch eine weitere ak ist für später die legen wir dahin derzeit haben wir noch den drill können wir verkaufen können wir verkaufen das kommt man die verkaufsecke der herigen ich meine herigen ist aber den brauchen wir nicht wirklich den brauchen wir nicht wirklich so die munition bleibt hier aber wir machen mal reload schmeißen da munition rein den bandit schieben wir auch mal auf und die syringe können wir später auch noch verkaufen so jetzt könnten wir jetzt so therapist gehen und bei therapist können wir den ich habe den 308er key brauchen wir für eine quest da liegt glaube ich das goldene siebo drinnen wenn ich mir nicht irre das heißt den himmel auf die syringe können wir auch verkaufen wo in der stoppe können wir auch verkaufen weil wir machen keine top tech top tech erst mal dann müssen wir gucken dass wir jetzt die steps wie funktioniert das eintrackige eye tracking deinerseits also was ist deine augenbewegung ausrufezeichen et da ist das gerät drin verlinkt aber zu viele kämpfe loschen die irgendwo in den büssen abschümmeln novum du spielst glaube ich zu viel andere spiele wo kämpfen als was schlechtes angesehen wird taktische spielen ist im tag auf sehr sehr groß und ich glaube wenn ich jemanden in dem busch töte bist du selber schuld weil ich nicht gesehen haben grundsätzlich also grundsätzlich für alle leute die ständig an irgendwas irgendwie was rumzumeckern haben im grunde genommen und das tut immer ein bisschen weh sich das einzugestehen aber im grunde genommen ist man zu 95 prozent an allen toten selber schuld habe ich auch mit der snipe an den busch setzen und warten naja aber dann kennst du doch den busch und nächstes mal kannst du den busch kannst du den busch doch abbiegen wo ist das problem nächstes mal kannst du in den busch gucken und dann weiß ob einer da ist oder nicht also grundsätzlich ist zeit ein bisschen schwierig sich über eine eine gewisse sache zu beschweren aber vielleicht selber nichts dagegen zu machen seit kein pubg und keine ahnung was man noch so spielt wo man einfach rein rennt und macht das ist halt nicht das ist halt nicht und das verstehen leute nicht und der wechsel der wechsel von für einige leute ist immer ziemlich schwierig und da kommt glaube ich immer sehr viele emotionen hoch wir werden mal die weste versichern und so war mal den key in 308 ich glaube ich irgendwann in einer quest bei paporen ein goldenes zippo drin das geben macht immer spaß wenn man also wenn man auf herausforderungen steht macht das geben immer spaß leute wählen aber leider auf den den einfachen weg und möchten und möchten gegen gleichwertige leute kämpfen und haben wir mal angst vor menschen die folgier haben aber im grunde genommen kannst du leute mit folgier halt taktisch auch ausspielen und das wollen leute nicht machen wenn sie einfach es macht immer spaß egal ob weib oder nicht natürlich hast du immer andere preise im free market und so weiter und so vor aber grundsätzlich in einem raid drin ist das scheiß egal ob welcher weib oder ob gewalt wurde oder nicht spielt keine rolle das anfänger das gefühl ist anders das stimmt nicht also ich habe hier genau das gleiche gefühl als wenn als wenn ein frischer weib wäre weil so spiele ich aber auch ist trotzdem kämpfer lastiges geben das nennt sich taktische spielen nicht kämpfen wenn auch wo es jemand irgendwo auf den stein sitzt dann sitzt er da weil er ganz genau weiß dass gegenüber liegen auf den stein auch noch irgendwo einer sitzt und den musste ja erst mal finden also ist es nicht zwingend immer gleich kämpfer lastig das nennt man taktisch ich guck mal kurz an der tankstelle vielleicht findet noch unser lever ich spiele das game ja nicht erst seit kurzem ja dann weiß ich nicht warum du dich darüber beschwerst dann solltest du doch gut genug sein dass du umgehen oder nicht also wenn du schon lange genug spielst dann solltest du eigentlich in der lage sein dass du umgehen aber scheinbar trifft dich das so hart dass du das nicht umgehen kannst das morphe brauchen auf jeden fall die penkiller heben auch auf das morphe und das ist leider gottes ist dass die wahrheit und nichts als die wahrheit und das tritt viele leute sehr häufig bei mir aber auch eine phase wo ich mich über sowas aufgeregt hat heute passiert mir nicht mal auf irgendein thermal drauf oder irgendwo rum sitzt oder was auch immer vorne noch mal rein vielleicht wenn wir noch ein paar teile hier könnte auch noch unser lever das nehme ich mal mit ich nehme das erst mal mit wir können das ja immer noch austauschen ich habe es nicht da oben auf dem hügel geht schon wieder die party und mal gucken ob hier in der mittel vielleicht noch das da hinten würde ich eher vermeiden ehrlich gesagt mit p und mit der standard aksu es gibt kein übertreiben oder nicht das ist das was leute noch nicht verstehen es gibt so viele unterschiedliche spielziele manche leute spielen langsam manche leute spielen schnell leute als camper zu deklarieren oder exit camper oder was auch immer ist halt völlig bescheuert das zeugt eigentlich nur davon dass du nicht spielen kann wenn du dich darüber beschwert was andere leute machen kannst du einfach nicht spielen punkt oder sagen wir mal so du kannst dich nicht auf die situation einlassen wie andere leute spielen ich glaube das klingt besser wir gehen mal weiter außen lang hier wir könnten höchstens noch mal kurz ein sneak peek den dornster hat schon eventuell wir lassen das weil oben auch ist wir haben hier vorne noch selbst erwischen eventuell weil den dorms ist einer drinne den feit wollen wir natürlich nicht eingehen erstmal wir versuchen die ersten runden so passiv wie es geht zu spielen von der anderen seite kam jetzt bis dato noch gar keine schlüssel ich gehe fast davon aus dass da nicht großartig was oder die gleich rüber gelaufen sind oder die gleich rüber gelaufen sind die scheinen keine steps zu sein wir gehen wir jetzt kurz mal baustelle reingucken ob da vielleicht noch der ein oder andere scav ist und dann gehen wir hier unten rum und dann über den robloch da sieht nicht so aus als wenn jemand da ist aufhann und dann geht das wir müssen jetzt mal unterdenken nur ein wenig über wir wir können wenn du mal von hier vielleicht da ist natürlich ein bisschen schwierig auf nahmann das jetzt zu töten wenn du nicht unbedingt schnell spielt das ist der erste wir wollen ja nicht dass uns gleich jemand auf den sack geht gucken ob drüben noch welche sind am vollgelände weil da hat bis jetzt noch gar keiner geschlossen das heißt eventuell können wir glück haben und niemand ist dort gespawnt oder nur vorne da vielleicht auch noch ein oder zwei sammeln hier reingehen kurz langsam ich habe mir ein stück wieder durch dann rutschen wir gleich wieder Wait a second, what? Wir sind mal ein paar Meter. Können wir nämlich nicht sehen, wie wir das haben. Wollen wir natürlich vermeiden, weil wir nicht viel Gier haben, nicht viel Kohle. Das heißt, den Fight wollen wir nicht eingehen. Der muss auf jeden Fall irgendwie einen Scope haben oder irgend so einen Scheiß. Das heißt, wir werden das komplett skippen. Wir versuchen, ein Meter zu machen. Laufen wir die Garagen zurück, dass wir nicht auf der offenen Straße laufen. Dann gucken wir, dass wir rauskommen. Weil der hat auf jeden Fall einen Scope drauf. Aber, also er hat auf jeden Fall nicht... Ich glaube nicht, dass er gute Munition hat. Oder doch, und der hat einen Durchschuss gemacht. Kann auch sein. Ein von beiden. Aber ein Scope hat er auf jeden Fall drauf. Könnte aber auch ein Scope gewesen sein. Also Scope-Spieler. Ich glaube, das nehmen wir noch mit, wenn wir schon da sind. Die Zeit haben wir noch. So, hier war auch schon jemand drin. Und auch Dranne. Kein einziger ist Gärten drin, ne? Das war jetzt nicht die beste Runde. Aber wir wollen ja, wie gesagt, am Anfang erstmal nicht wirklich kämpfen. Also Close Range vielleicht, aber Long Range ist auf jeden Fall nicht so geil mit der AKSU. Ich spiele ein Standard-Account, ja. Ich spiele ein Standard-Account. So, die Sachen können wir gleich verkaufen. Munition reicht noch. Das können wir aufheben für die nächste Runde. Das können wir da reinmachen. Ich würde fast sagen, das war ein Scope-Spieler. Ich würde fast sagen, das war ein Scope-Spieler, der nicht so gute Munition hatte. Wir gehen mal zu Mechanic. Verkaufen dort mal die Sachen. Das sind 13.000 Rubel. Dann gehen wir wieder rein und gucken, dass wir auf Customs die Scope zusammenkriegen. Ich glaube, uns fehlen noch vier Stück jetzt. Genau, vier Stück fehlen uns auch. Oh, Snap. Ich habe noch was im Container, habe ich gar nicht dran gedacht. Das Morphium können wir mal behalten. Das legen wir mal hier hin. Wir brauchen noch Bandagen. Wir brauchen noch Käse. Okay, okay. Das ist auch okay. So, dann gehen wir jetzt mal aggressiv auf die Suche. Ich hoffe ja, dass wir irgendwie einen Top Spawn kriegen, dass wir schnell durchruschen können und eventuell in Dorms die ein, zwei Scope töten können. Das ist richtig, Rennsetzung. Quest zählen nur als, ähm, best zählen nur als PMC. Okay, wenn du jetzt Sachen suchen musst und die Find and Raid haben musst, dann zählen die auch von Skephron. Aber wie gesagt, aufgrund der Tatsache, dass wir nicht wirklich fighten wollen, also wir wollen jetzt wirklich am Anfang, äh, wir wollen das wirklich am Anfang so gut wie es geht, äh, umgehen, außer, äh, uns läuft wirklich einer vor die, äh, vor die Flinte. Dann kannst du den mitnehmen. Ansonsten gucken wir erstmal nur, dass wir die Scaps machen und dann, äh, schauen wir mal weiter. Ähm, wir können kurz, wir können kurz. kurz gucken. Okay, wir wollen hier auf jeden Fall nicht lange sein, weil hier immer kompletter Terror ist. Im Grunde genommen können da welche spawnen und da welche spawnen. Der Spawnpunkt ist hier nicht der Geist, ne? Das heißt, wir wollen das eigentlich so schnell wie es geht. Wir gehen. Das machen wir jetzt auch, weil da sind keine Scaps. Das hier laufen ganz außen rum. Sollen wir mal gucken, wir haben auch, äh, Single Fire noch. Wir wollen nicht ganz so viel leer machen, weil, äh, wenn Leute oben gespawnt sind, dann, äh, können die nicht natürlich einen halben Kilometer weit hören. Vielleicht gucken wir ganz kurz in Dorms rein und schauen, ob wir da Scaps finden eventuell. Da ist ja alles relativ ruhig. Der, äh, der Halshorn wäre ganz gut gewesen jetzt. Da hast du nämlich immer Scaps gleich am Anfang. Auf dem Gelände. Das ist irgendwo eine richtige Baustelle, würde ich sagen. Ja. Da ist ja alles relativ. Da ist ja alles relativ. Da ist ja gar nicht so, wie jetzt hier her. Ja. Oh, Mieti, putter my quits. das ist glaube ich nichts mehr wert aber wir nehmen das mal mit das ist glaube ich schon gar brauchen wir auch noch weiß das behalten gehen dann mal ganz in ruhe hier weiter gehen wir wieder so bus repos ob eventuell schornstein drauf ist wie versuch mal wie gesagt die tankstelle ein bisschen zu umgehen das ist nicht so mein lieblings das brauchen wir glaube ich auch das sind immer alles mit wird sich jetzt mal darauf da lang zu gehen weil wir selbstverständlich nicht unbedingt im vorteil sind gerade mit nades und so was da geht viel in den büscher ab das heißt ich gehe ganz stark davon aus dass jemand auf dem vordach drauf ist oder so wir sind immer noch aufgrund der tatsache dass wir keine nades nichts in die richtung haben relativ nachteil weil wir keine utility haben um leute zu bewegen gute an der ganzen sache ist da die scheinbar schon durch gesprimtet sind glück haben und hier noch ein paar gäste brauchen immer noch vier kurz mal hören ob einer da ist sniper scab ist noch da den können wir mitnehmen quasi da drin ist noch party jetzt wird hinter uns auch langsam los da können wir mal dass wir den sniper scab irgendwie erwischen jetzt hat sich schon jemand geschnappt glaube ich was irgendwie habe ich gerade jemanden gehört müssen wir daran denken die waffe steht auf single fire hksu spielt sich am anfang am besten mit single fire wie ich finde ha ha bald ein jahr die zimmer mal hier gucken ob er wenn es monate straße hier vorne laufen auch keine rum wir rüberkommen und wo 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 Untertitelung. BR 2018 Da lag noch jemand auf dem Boden und da kam noch ein Skeft. Den habe ich gehört. Aber der neben mir, der war okay. Der kam, glaube ich, von unten gerade angelaufen. Der war hinten rechts. Ja, da sind wir nur noch zwei oder drei. Okay. Nice.